Das Buch der Schatz von Atlantis von Gabriele Bayerlein ist in gekürzter Fassung als Klett-Leseheft mit Unterrichtsmaterial erschienen und kostet 7,75 Euro. Die ungekürzte Fassung, ursprünglich bei Tiedemann erschienen, ist jetzt bei Edition Gegenwind für 6,99 Euro erhältlich. Kai vermisst seinen Kater Felix, den die Eltern wegen einer Katzenallergie der Schwester weggegeben haben. Kai hat den schwarzen Kater mit dem weißen Fleck an der Kehle geliebt und findet, dass die alten Ägypter Recht hatten, für die Katzen heilig waren und die sogar eine Katzengöttin kannten. Was das? Als Kai krank ist, macht er ein Computerspiel und da soll man den Schatz von Atlantis finden. Im Spiel geht er den Gang zur Cheops-Pyramide entlang, um Hinweise zu finden und entdeckt ein Gitter. Ich gehe näher an das Gitter heran, dahinter ist es schwarz. Vielleicht ist es ein sehr kleiner, dunkler Käfig. Mir steckt ein Kloß im Hals, ich versuche ihn wegzuschlucken, aber es geht nicht. Es ist furchtbar schwindlig. Etwas bewegt sich in meinem Kopf, nein, nicht in meinem Kopf, in dem Käfig. Und dann entdecke ich hinter dem Gitter hin und her schwankend einen kleinen weißen Fleck. Schweiß steht mir auf der Stirn, vor meinen Augen verschwimmt alles. Ich glaube, in dem Käfig ist eine Katze, eine schwarze Katze mit einem weißen Fleck an der Kehle. Felix, sag ich und rüttle an dem Gitter. Ich ziehe und zerre, aber das Gitter gibt nicht nach. Da sehe ich, dass es nur mit einem Riegel verschlossen ist. Ich schiebe den Riegel zurück und hole die Katze heraus und drücke mein Gesicht in ihr Fell. Es ist doch nicht Felix. Felix ist ein bisschen kleiner und hat einen runderen Kopf. Und Felix kann nicht reden. Aber diese Katze hier, die kann es. Ich danke dir, dass du mich befreit hast, sagte sie. Eben war ich noch in Torstens Zimmer am Computer und nun stehe ich plötzlich in Ägypten in dem Gang, der zur Pyramide führt und habe eine Katze im Arm, die so ähnlich aussieht wie Felix und diese Katze kann sprechen. Jetzt spricht sie schon wieder. Sie sagt, gestatten, mein Name ist Bastet. Bastet, frage ich, wie die Göttin? Nicht wie, die Göttin, erwidert sie sehr würdevoll. Ich bin es selbst. Ich bin Bastet, die Göttin. Gut, wenn sie eine Göttin ist, dann wundert es mich auch nicht, dass sie sprechen kann. Nur, wie ich hierher gekommen bin, das wundert mich schon. Bastet fährt fort. Da du mich aus dem unerfreulichen Käfig befreit hast, gebe ich dir drei Wünsche frei. Drei Wünsche frei? Das gibt es doch nur im Märchen. Dass mir das mal passiert, das hätte ich nie gedacht. Ich wünsche mir, dass du erst mal bei mir bleibst, krächze ich und streichle ihr Fell. Es ist seidig und weich. Bastet schnurrt. Schon erfüllt, erklärt sie und fragt. Und was weiter? Was willst du hier? Ich will nach Atlantis, antworte ich. Da bebt plötzlich der Boden unter mir. Eine unsichtbare Kraft erfasst mich. Mir ist schwindelig. Ich mache die Augen zu. Ich werde hochgehoben. Ich fliege und fliege. Und dann werde ich ziemlich unsanft wieder abgesetzt. Als ich sie öffne, die Augen, sehe ich sofort. Ich bin dort. In Atlantis. In Atlantis. In Atlantis. In Atlantis. Untertitelung des ZDF, 2020